Sehr gerne, wir kommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Babel Time. Wir sind wieder am Start mit dem Fußball-Talk hier auf dem Kanal und heute soll es um den DFB-Pokal gehen und um die Tipps zum... Ja, wir sind mittlerweile angekommen am 32. Spieltag... 31. Spieltag... 31. Spieltag. Ja, das ist heute das Thema dieses Videos, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben einige Infos in der letzten Zeit gehabt und auf eine Sache möchte ich noch speziell eingehen, aber das wird am Ende des Videos kommen und zwar Mats Hummels zum FC Bayern München. Aber zunächst einmal reden wir über den FCB und zwar im DFB-Pokal und starten einfach mal durch mit der Partie gegen Werder Bremen, ein 2-0-Sieg der Bayern. Und das große Thema ist natürlich die Schwalbe von Arturo Vidal, die zur Vorentscheidung geführt hat zum Elfmeter, den Thomas Müller mit seinem zweiten Tor am Dienstagabend dann verwandelt hat, beziehungsweise verwertet hat. War natürlich ein riesiger Aufschrei wieder mal im Weltfußball, beziehungsweise im deutschen Fußball. Es wurde wieder gesagt, sowas geht doch nicht, wie kann Bayern sowas nötig haben, das ist so eine Unsportlichkeit, bla bla bla. Natürlich ist es der Fall, dass Bayern nicht sonderlich gut ist momentan. Die sind nicht gut drauf, das ist definitiv so. Die Formkurve zeigt stark nach unten, auch wenn sie jetzt im Halbfinale der Champions League stehen. Das ist nicht zwingend ein großes Indiz dafür, denn es war ja sehr, sehr knapp gegen Juventus Turin. Ich bin gespannt, und gegen Benfica übrigens auch schon. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt laufen wird in den nächsten Wochen, wie es gegen Atletico sein wird. Bei Bayern fällt nicht wirklich was ins Gewicht momentan. Bei Atletico könnte was ganz groß ins Gewicht fallen, das war der Ausfall von Godin, dem Abwehrchef. Das wäre ein riesiger Verlust für die Mannschaft von Diego Simeone. Und das wäre eventuell so ein kleiner Weg für Bayern, das noch zu schaffen. Ich bin aber relativ sicher, dass Bayern trotzdem große Probleme haben wird. Gerade weil das Stadion wie Sente Calderon extrem starke Publikumsbindung hat sozusagen, beziehungsweise die Fans da extrem durchdrehen. Und das ist für jeden Spieler, denke ich mal, alles andere als einfach da zu spielen. Und gerade weil die halt defensiv so stark sind, die wenigsten Tore in der BVH-Kassier mit 16 Stück bisher nur, wird das für die Offensive nicht leicht werden. Natürlich ist Ribéry-Montagel momentan extrem gut drauf. Dazu ein Müller, dazu ein Robben, dazu ein Douglas Costa von mir aus, ein Lewandowski. Aber nichtsdestotrotz muss man das auf jeden Fall so ein bisschen relativieren. Ich bin gespannt, wie sie das Ganze auf die Kette kriegen und wie das Ganze vonstatten gehen wird. Aber ich bin ja trotzdem fest in Überzeugung davon, dass sie momentan nicht so gut sind, dass sie Bremen auf jeden Fall geschlagen hätten. Natürlich haben sie sie geschlagen, im Endeffekt 2-0. Das Ganze nicht zwingend verdient. Bremen hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, kann man nichts gegen sagen. Ich bin auch relativ sicher, dass sie nicht absteigen werden mittlerweile, auch wenn ich es ein bisschen überraschend finde. Ich bin gespannt. Wenn sie morgen verlieren, dann sieht es schlecht aus. Wenn sie morgen gewinnen, dann sieht es sehr gut aus. Ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Und die Bayern, ja, man muss sagen, sie werden auch wieder sehr verunglümpt. Jetzt in den Medien bzw. in den sozialen Netzwerken. Jetzt heißt es wieder, die Bayern haben sowas nötig. Und im Endeffekt sind es zwei Spieler, die durch Schwalben auffällig werden bei Bayern. Und das ist einmal Robben und das ist einmal Vidal. Müller beispielsweise hat selber gesagt, er findet das alles andere als gut, dass diese Aktion von Vidal gemacht wurde. Und naja, es ist nun mal so, dass man normalerweise, also die Spieler fallen heute mittlerweile einfach relativ früh, beziehungsweise wenn sie ahnen, der Kontakt wird kommen. In dem Fall war es halt wirklich bitter, er hätte zum Schiedsrichter gehen sollen. Aber wie viele Leute machen das? Hat Kiesling gemacht bei seinem Tor? Nein, mittlerweile trägt nun das auch keiner mehr nach. Und das ist auch richtig so. Sowas passiert im Fußball. Und ich bin mir relativ sicher, Bayern hätte so oder so gewonnen, auch wenn es die Entscheidung war und ich den Frust der Brieger nachvollziehen kann. Das Fall von Clemens Fritz gegen Slayko Mark, Klammern wir mal aus. In meinen Augen ist das übrigens eine rote Karte. Es gab viele Situationen im Spiel, wo man eventuell dann auf Gelb beziehungsweise eventuell noch schlimmer entscheiden hätte müssen. Aber das war wirklich schon eine ziemlich krasse Grätsche von Fritz mit offener Sohle direkt aufs Sprunggelenk. Ist gefährlich und unnötig in der Situation. Aber gut, kann man lange darüber streiten. Im Endeffekt war definitiv die Schwerbe das Nonplusultra in den Medien in den letzten Tagen. Gut, kommen wir dann zu Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Vorgestern aus eurer Sicht und aus meiner gestern Abend. Eine sehr einseitige Partie, die Dortmund definitiv verdient gewonnen hat. Sie stehen das dritte Mal hintereinander im Pokalfinale durch drei sehr schöne Tore. Als 1 zu 0 durch Gonzalo Castro mit einem sehr, sehr schönen Schuss in den Winkel. Danach das 2 zu 0 durch, ja wen eigentlich, ist eine gute Frage. War das Reus? Ich glaube, das war Reus, oder? Ich glaube, das war das Tor von Kagawa vorbereitet und Reus. Dann kam Gündogan, dann den Vosten. Ich gucke Vosten aber nochmal nach. Und dann kam das 3 zu 0, das ich aber gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf habe, wie das gefallen ist. Was ein bisschen traurig ist. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin sehr enttäuscht von der Vorstellung von Hertha. Die haben gerade in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen, was man normalerweise erwartet hätte. Sie hätten das erste Mal seit Ewigkeiten ein Finale um den FB-Pokal einziehen können. Aber sie haben die Chance wirklich verschenkt. Und zwar komplett verschenkt. Paldada war danach sehr, sehr sauer. Und das vollkommen zu Recht. Und seine Mannschaft hat nichts von dem gezeigt, was man erwartet hat. Wie gesagt, ich habe eigentlich einen wirklich interessanten Fight erwartet zwischen diesen beiden Mannschaften, die momentan in der Tabelle relativ weit oben stehen. Aber wenn man die beiden Spiele mal so vergleicht, dann saß er so aus, als ob Bremen auf dem Champions-League-Qualifikationsplatz stehen würde und Hertha irgendwo im Abschiedskampf. Die sind im absoluten Formtief. Und das merkt man denen einfach extrem an. Das 3 zu 0 war übrigens, ach genau, von Mkhitaryan, alles drei sehr schön rausgespielte Tore. Es gab noch einen Pfosten-Schuss, beispielsweise von Gündogan, der auch sehr schön war. Und von Hertha. Naja, es gab ein paar Chancen, beispielsweise einmal von Hegeler, wo man gesehen hat, der ist kein Stürmer. Dann noch eine von, oder ein, zwei Situationen von Kalou. Aber ansonsten war das nicht wirklich viel. Und wenn die so nächstes Jahr in die Champions-League wollen, dann sieht das in meinen Augen relativ düster aus. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist für die Hertha. Ich glaube, Euroleague würde den und der Stadt persönlich, okay, der Stadt vielleicht nicht, aber den auf jeden Fall, naja, ein bisschen besser tun. Aber das ist eure Sichtweise der Dinge, auch meine subjektive Meinung. Und schreibt eure gerne in die Kommentare. Gut, jetzt kommen wir zu, ja, diesem großen Transfergerüch, was momentan im Raum kursiert. Mats Hummels zum FC Bayern München am Rande dieses DFB-Pokalspiels zwischen Dortmund und Hertha BSC, hat er gesagt, ja, Dortmund muss sich weiterentwickeln, wenn es sich weiterentwickeln kann, kann ich mir vorstellen, zu bleiben. Aber ansonsten, naja. Und natürlich muss man sagen, es gibt für Hummels nur noch ein paar Optionen, die seine Karriere noch größer machen. Er ist ja bei Bayern ausgewählt worden, hat normalerweise kein gutes Verhältnis zu denen. Aber die einzigen Schuhe, die er machen kann, sind einmal zu Real Madrid, Barcelona, Bayern und vielleicht, ganz vielleicht Manchester City, aber das dauert noch. City ist momentan ungefähr auf einer 11-bedrohung, in meinen Augen. Er ist extrem schwierig zu beurteilen, ob er diesen Schritt machen wird oder nicht. Bayern könnte in der Hinsicht auf jeden Fall jemanden gebrauchen. Badstuber wird auf kurz oder lang einfach nicht mehr das Niveau haben. Der wird immer im Kader stehen, aber der wird immer nur Ergänzungsspieler, bleibt mir relativ sicher, einfach weil er zu verletzungsanfällig ist. Da hat man Boateng dann stehen. Da hat man Martinez, der definitiv gut ist, aber die spielen in so vielen Wettbewerben, die spielen oft mit Dreierkette. Mal sehen, wie es Ancelotti machen wird. Alaba kann das auch, Kimmich kann das auch, ist aber keine Ideallösung. Und Hummels wäre einer der besten Verteidiger der Welt. Und warum sollte man ihn nicht holen, wenn man ihn holen kann? Das ist genau die gleiche Sache mit Dortmund und mit Götze. Sie kriegen einen der besten Zehner. Haben zwar eine schwierige Verbindung zu Bayern, haben eine schwierige Vergangenheit mit Götze, aber es ist einer der besten Zehner, den sie kriegen können. Und warum ihn dann nicht nehmen, wenn er schon mal im System funktioniert hat? Und beim Verein funktioniert hat? Ich bin mir relativ sicher, dass wir davon auch einiges hören werden, von diesem Transfergewuse um Hummels und Bayern. Meine momentane Tendenz ist, es wird tatsächlich im Sommer passieren, nach der Euro, weil Hummels geht zum FC Bayern München. Ich kann mich auch komplett täuschen. Im Endeffekt bleibt er beim BVB und das ist alles nur so ein bisschen Spielerei beziehungsweise Verrückmacherei, jetzt vielleicht auch beim Pokalfinale das ansteht. Aber ihr könnt mir trotzdem gerne auch dazu mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, meint ihr der Kapitän der Dortmund? Ist er das eigentlich? Ist eine gute Frage, auf jeden Fall eine der Identifikationsfiguren. Jetzt haben wir es, er wechselt den Verein und dann noch zum direkten Rivalen und größten Rivalen. Ich bin gespannt. So, wir kommen zu den Tipps fürs Wochenende, zum Tipps für die Bundesliga und das rattern wir einfach mal relativ schnell durch, denn wir sind jetzt immerhin schon wieder bei knapp 8 Minuten und so lange sollte dieser Vlog eigentlich gar nicht werden. Hamburg SV gegen Werder Bremen, das Nordderby und das im Abstiegskampf am Freitagabend. Hamburg mit 4 Punkten vor Werder Bremen, einem besseren Torverhältnis deutlich, aber trotzdem kann Bremen auf jeden Fall an die Hamburger heranrücken und die nochmal richtig mit unten reinreißen. Ich denke mal, Bremen ist momentan zu gut drauf und Hamburg wird auf jeden Fall Probleme bekommen. Ich tippe aber aufgrund dessen, dass ich nicht glaube, dass Bremen auswärts so gute Leistungen gegen den direkten Rivalen bringen kann und dass Hamburg sich zusammenreißen wird, gerade weil es Derby ist, auf 0 zu 0. Ganz langweilig am Freitagabend. Wolfsburg gegen Augsburg. Wolfsburg will in die Euroleague, Augsburg will endgültig unten raus. Bei Wolfsburg läuft es absolut nicht. Bei Augsburg ein bisschen besser. Allerdings spielt Wolfsburg zu Hause und da sind sie ja normalerweise in der Macht und dementsprechend tippe ich da auf ein 2 zu 1 für den VfL. Stuttgart gegen den BVB. Stuttgart Leitagabend ist wieder reinrutscht in den Abstiegskampf, was ich nicht erwarten hätte. Der BVB dominant wie eh und je. Ich denke mal, das wird auch so bleiben. Auch in der Mercedes-Benz Arena wird Stuttgart sich nicht durchsetzen können gegen Dortmund und verliert damit 1 zu 3. Köln gegen den SV Darmstadt 98. Köln hat sich definitiv befreit aus dem Abschließkampf. 37 Punkte. Das sind 6 Punkte vor Bremen. Das ist natürlich noch nicht das Ende des Abschließkampfs. Und zwar... Ja, alles klar. 4 Spieltage vor Schluss. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine deutlich verbesserte Situation für die Kölner. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen auf die Stimmung geschlagen hat. Gerade weil Jojic und Modesto auch getroffen haben. Dass da jetzt positive Stimmung ist bei den Kölnern. Und dass sie sich dementsprechend jetzt endgültig absichern wollen. Gegen Darmstadt ist das definitiv nicht einfach. Die sind ja auswärts relativ stark. Die beiden stehen auch auf einem Level. Darmstadt ist vielleicht noch ein bisschen weiter unten drin. Haben zwei Punkte weniger. Dementsprechend nur vier Punkte auf dem Relegationsplatz. Das wird eine enge Kiste. Aber ich glaube trotzdem, dass Köln das Schaugen wird. Und dass Köln mit ganz viel Glück 2 zu 1 gewinnen wird. Ganz, ganz enge Geschichte. Vielleicht auch unentschieden. Aber ich tippe mal 2 zu 1 für den FC. So, Hertha BSC gegen Bayern München. Hertha im Formtief. Bayern im Formtief. Trotzdem Bayern stärker im Olympiastadion. Werden die die Meisterschaft klar machen. Und dementsprechend dann vor Dortmund ihre nächste Meisterschaft holen. Die nächste nach 2014, 2015. Und den letzten Meistertitel von Pep Guardiola beim FCB. Gewinn in Berlin ebenfalls mit 1 zu 3. Genauso wie Dortmund in Stuttgart. Hannover 96 gegen Ingolstadt. Ich werde leider nicht im Stadion sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das habe ich aber schon länger festgestellt. Bzw. länger klar gemacht. Ingolstadt momentan relativ safe. Sogar noch mit dem schielenden Auge nach Europa. Ein 6-Punkte-Rückstand. Ich glaube nicht, dass sie reinkommen. Aber sie wollen es auf jeden Fall. Hannover und der Ständel wieder erstarkt. Gegen Berlin und gegen Gladbach. Gegen zwei Champions-League-Aspiranten. Mit sehr, sehr guten Leistungen. Und ich hoffe, dass sie es weiter fortsetzen können. Und ich hoffe auf ein 1 zu 1 in Ingolstadt. Um sich weiterhin würdig zu verabschieden. Der Nicht-Abstieg ist Geschichte. Sie müssten gewinnen. Und zwar alle 4. Und Bremen dürfte nur noch gegen Frankfurt unentschieden spielen. Und auch schon gar nicht mehr gegen Hamburg jetzt. Weil dann wären sie schon viel zu weit weg mit den Punkten und dem Torverhältnis. Wir werden sehen. Sie müssten gewinnen. Aber ich tippe mal einfach human auf ein 1 zu 1. So, FC Schalke 04 gegen Leverkusen. Das Top-Duell am Samstagabend. Schalke momentan siebter. Sie wollen in die Euroleague. Es sieht nicht sonderlich gut aus für sie. Denn sie stehen 5 Torverhältnispunkte. Und dazu noch punktgleich mit Mainz. Also nicht so nice. Dazu auch gegenüber Gladbach ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Auch gegenüber Wolfsburg. Auch wenn Wolfsburg 6 Punkte weniger hat. Sie müssen gewinnen. Denn Leverkusen will natürlich auf dem direkten Champions-League-Qualifikationsplatz bleiben. Auf dem dritten Rang, den sie sicher jetzt erobert haben von Hertha. Und sie sind momentan in meinen Augen auch stärker als Schalke. Und auch wenn Schalke zu Hause spielt, verliert Schalke da mit 1 zu 2. Übrigens sehr viele 1 zu 2 Ergebnisse. Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim. Hoffenheim momentan sehr stark. Gladbach so ein bisschen in der Krise. Zuletzt verloren gegen Hannover. Davor auch nicht so. Wobei davor 5-0 gewonnen gegen Berlin. Wie auch immer. Auf jeden Fall. War das? Ne, warte mal. Gegen wen haben sie da gespielt? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gegen Hannover nicht sonderlich gut ausgesehen. Und jetzt halt gegen einen direkten Abstiegskandidaten immer noch. Die haben auch 3 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Aber ein Torwert ist von 9. Das heißt, auch mit einer Hinterlage werden sie da nicht von Bremen überholt werden. Außer Bremen gewinnt 4-0 und die verlieren 5-0. Was definitiv nicht der Fall sein wird. Aber ich glaube, Gladbach steigt nochmal ins Rennen um die Champions-League-Plätze ein. Und gewinnt mit 2 zu 0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Frankfurt gegen Mainz. Das Duell am späten Sonntagabend um 17.30 Uhr. Frankfurt ganz tief im Abschießkampf. Werden absteigen in meinen Augen zusammen mit Hannover 96. Mainz im Kampf um die internationalen Plätze. Und die werden sich die auch nicht mehr nehmen. Lass mich mir auch relativ sicher. Mainz gewinnt auswärts in Frankfurt ebenfalls mit 2 zu 0. Das sind meine Tipps. Schreibt mir eure in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben, da wird euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wahrscheinlich. Mit dem Vlog zu den Bundesligaspielen am Samstag. Oder Sonntag zum Bundesliga, Premier League und Fußballtalk. Ich bin gespannt, was jetzt in diesem Video kommen wird. Aber hoffe erstmal, dass es euch heute gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.